Resident Evil 4 Remake ist jetzt schon seit einer Woche draußen und ich habe euch einen Spoiler-Talk versprochen. Und hier ist er nun. Hi Korns und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und jawohl, heute ist Ada Wong hier am Start. Mal nicht die nervige Ashley, ich dachte, die kam jetzt schon so oft, jetzt ist mal Zeit für Ada. Heute werden wir auf die Geschichte von Resident Evil 4 Remake eingehen und es so ein bisschen mit dem Original vergleichen. Was hat sich denn jetzt verändert? Der Grundbaustein des Spieles ist eigentlich derselbe. Leon S. Kennedy muss nach Spanien, um die Präsidententochter Ashley Graham zu retten, die entführt wurde und zu den Los Illuminators gebracht wurde, also zum Lord Settler. Leon S. Kennedy ist mit Ingrid Hannigan in Verbindung, die immer wieder Hinweise hat oder wenn Leon irgendwelche Fragen hat, für ihn recherchiert und ihm neue Informationen eben gibt. Zum Standort oder weitere Dinge. Die Polizisten, die ihn dann tatsächlich in das Dorf bringen, heißen Mario und Luigi, was ich ziemlich witzig finde, weil er jetzt auch bald ein Super Mario Film rauskommen soll. Ein kleines Easter Egg hier am Rande, fand ich ziemlich cool. Aus dem Intro von Resident Evil 4 Remake kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr von Leons Werdegang raus. Er konnte nicht mehr als Polizist arbeiten seit dem Raccoon City Incident und hat sich weitergebildet, hatte einen Major namens Jack Krauser und hat dort von ihm die Nahkampftechniken gelernt. Und aufgrund dessen, dass er da recht gut drin war, wurde er vom Präsident himself quasi beauftragt, seine Tochter zu suchen, die verschollen ist. Das ist soweit eigentlich ziemlich ähnlich, sag ich mal, vom Plot, aber die Charaktere sind ein bisschen anders dargestellt worden. Ein Jack Krauser hat zum Beispiel im Original nicht so viel Screentime bekommen wie jetzt im Remake. Man sieht ihn des Öfteren, man sieht ihn, wie gesagt, im Intro, wie er Leon trainiert. Man sieht ihn öfters in Zwischensequenzen, wenn er wieder die Ashley weiter, wieder entführt hat, von Leon wieder entwendet hat und sie wieder über die Schulter so trägt. Also er war derjenige, der Ashley quasi dort hingebracht hat nach Spanien, der sie entführt hat im Auftrag von Lord Saddler. Denn Jack Krauser hat sich letzten Endes den Los Illuminados angeschlossen, um einfach viel, viel mehr Power zu haben, um mächtig zu sein. Und das ist er jetzt tatsächlich auch. Aber mehr dazu später. Es gab ein paar Veränderungen von Ashley. Ashley ist jetzt so ein bisschen weiblicher. Ich fand sie im Original etwas mädchenhafter, obwohl sie da eigentlich auch schon große Möpse hatte. Sie hat zwar, sag ich mal, nicht die künstliche Intelligenz, aber im Spiel ist sie so ein bisschen, zumindest in den Zwischensequenzen, intelligenter als im Original. Weil sie ja zum Schluss dem Leon den Las Blagas im Körper zerstört. Also sie hat quasi geschalten, als sie davon entfernt wurde und Leon bewusstlos neben ihr lag, dass er auch den Parasiten entfernt bekommen muss. In dem Fall schon der erste Spoiler. Tada! Ashley wird das machen. Im Original war das nämlich die Ada, die sich um beide gekümmert hat. Und jetzt macht das tatsächlich die Ashley. Und das fand ich eigentlich ziemlich sympathisch, weil Ashley zumindest, wie gesagt, in den Zwischensequenzen intelligenter, reifer, hilfsbereiter und schlauer zu sein scheint. Und Leon so ein bisschen doch unter die Arme greift. Dann kommen wir mal zu einer für mich wichtigen und großen Änderung, nämlich Luis Sierra. Luis Sierra ist im Original ein Polizist aus Madrid, beziehungsweise er war nicht mehr aktiv, ein Polizist. Man hat eigentlich nicht sehr viel über ihn erfahren. Aber jetzt in diesem Remake wurde die Brücke geschlagen zu Umbrella. Umbrella gab es eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr und wurde tatsächlich im Original auch gar nicht groß erwähnt. Und wegen dem Börsencrash, also Umbrella war Geschichte. Deswegen finde ich es ziemlich cool, dass sie Umbrella wirklich im Remake nochmal aufgenommen haben, um den Bogen zu spannen zu Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 1 Remake. Ja, 3 Remake auch. Auf jeden Fall, Umbrella wird hier nochmal genannt, spielt eine etwas größere Rolle. Und Luis Sierra hat ursprünglich für Umbrella gearbeitet, hat somit auch ein bisschen Know-how über die Parasiten und deren Power. Aber sieht es dann auch Leon und Ashley an im Verlauf, als sie sich kennengelernt haben, dass sie infiziert sind. Weil man spricht es ja jetzt nicht so gerne an, hey, ich bin infiziert. Luis hat das gesehen aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund seiner Arbeit mit Umbrella. Und er sagt ja, er möchte da eigentlich gar nicht so vertieft drüber sprechen. Er möchte nur einfach jetzt ein besserer Mensch sein. Das wieder gut machen, was er damals halt nicht so toll gemacht hat. Und das macht er tatsächlich auch. Also, wie schon vorhin erwähnt, im Original hat eigentlich Ada so mitbekommen, dass Leon infiziert ist. Und da die ja auch so ein bisschen eine Energie zwischendurch haben, hat Ada sich schon ein bisschen Sorgen gemacht um Leon. Dass ihm natürlich nichts passiert. Und sie war eigentlich zum Schluss diejenige, die Ashley und Leon gerettet hat, vor dem tatsächlichen Ausbruch der Blagas, die sie in sich drin trugen. Und hat sie dann zu dieser Maschine gebracht, die diese Dinge im Körper zerstören. In diesem Teil ist es Luis, der den Hinweis gibt. Und der auch zwischendrin im Spiel eine Spritze gibt, wo es den Las Blagas aufhalten soll. Und das finde ich halt wahnsinnig sympathisch, dass er wirklich sich um Ashley und Leon kümmert. Also, er will wirklich ein besserer Mensch sein. Und das hat mir Luis auch sehr sympathisch gemacht. Also, ich mochte ihn wirklich sehr. Und ich fand es dann auch wirklich sehr, sehr tragisch, als er gestorben ist. Im Original ist er auch gestorben. Und ja, ich fand es wirklich sehr, sehr traurig, weil es doch im Herzen, im Kern war er doch ein guter Kerl. Und hat Leon dann auch den Schlüssel gegeben, den man braucht, um in diesen Raum zu gelangen, wo man den Las Blagas im Körper vernichten kann. Und das fand ich im Grunde mega gut. Und ich fand ihn wirklich sehr sympathisch. Es war jetzt nicht so ein, ja, im Original hat er so einen Spruch abgelassen bezüglich Ashleys Brüsten. Das hat er jetzt dieses Mal nicht gemacht. Also, es war jetzt nicht so ein sexistischer, geiler Bock, wie sage ich ja mal im Original, dass der Fall war. Aber er war jetzt eigentlich so ein charmanter, ein charmanter Typ eigentlich, mit immer mal wieder einem lockeren Spruch. Und ich fand ihn wirklich sehr sympathisch dieses Mal. Von Ada, finde ich, wurde allgemein sehr, sehr viel gestrichen, weil es gab sehr, sehr wenige Sequenzen von Ada. Ja, denn sie war ja jetzt nicht mal dafür zuständig, dass Leon und Ashley, wie gesagt, den Las Blagas vernichten. Das hat ja Luis übernommen, diesen Part. Denn es gab auch noch diese Sequenz, wo Leon, also wo der Las Blagas, die Kontrolle über ihn übernommen hat und Ada gewirkt hat. Und auch dieser Part kam gar nicht drin vor, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil ich finde, dass Leon und Ada sich hätten meiner Meinung nach noch ein bisschen öfters treffen sollen. Vielleicht hätten sie die emotionale Bindung noch ein bisschen, ja, aufarbeiten können. Das wäre interessant gewesen, weil eigentlich hätten die sich viel zu sagen gehabt, meiner Meinung nach. Denn was ist denn mit Ada passiert? Was war denn am Ende von Raccoon City? Leon muss ja gedacht haben, dass Ada tot ist. Also, dass es da keinen größeren Dialog gegeben hat, das fand ich tatsächlich auch ein wenig schade. Stattdessen hat Luis mit Ada einen Deal gehabt. Sie wollte einen Bernstein, und zwar, dass Luis ihr einen Bernstein besorgt, aus dem man den Parasiten gewinnen kann. Und Ada wollte diesen dann natürlich Wesker bringen. Die Interaktion im Spiel zwischen Ada, Wesker und Krauser kommt nicht so ganz raus. Dabei hat sich ja Krauser auch mit Wesker angeschlossen und Ada eben mit Wesker. Und sie kennt anscheinend ja auch den Krauser. Aber dieses Dreieckgespann, das kam jetzt in diesem Spiel direkt nicht raus. Vielleicht gegebenenfalls, wenn wir den DLC bekommen, Separate Ways, was ich jetzt auch gleich noch ansprechen möchte, in Separate Ways. Das hatten wir im Original nach einem geschafften Durchlauf bekommen. Dann konnte man das, ja, das hat man einfach erhalten. Genauso wie die Mercenaries. Die Mercenaries übrigens kommen am 7. April. Die könnt ihr euch kostenlos downloaden. Aber von den Separate Ways gibt es aktuell nur Spekulationen. Es gibt Spekulationen und Hinweise, dass die Separate Ways irgendwann existieren werden. Aber so eine offizielle Zusage von Capcom gibt es noch nicht. Es wird außerdem spekuliert, dass Separate Ways kostenpflichtig sein wird. Was ich ziemlich schade finde, dass sie im Original umsonst war. Das heißt, du hattest einen Spieldurchlauf absolvieren müssen und dann hat es dieses DLC freigeschaltet. An alle, die das nicht wissen, das DLC hat die Blickwinkel von Ada Wong gezeigt. Das heißt also, man hat wissen können, dass Ada mit Krauser und mit Wesker im Verkehr ist. Ja, und dass Wesker diesen Parasiten will, weil ja Wesker auch das Streben nach ganz, ganz viel unendlicher Macht hat. Und am Ende, in der Endsequenz des Spieles, sieht man ja, dass Ada tatsächlich mit Wesker in Verbindung steht und diese Mission für Wesker hätte absolvieren sollen. Und als Wesker ihr sagte, dass er es schaffen möchte, dass die ganze Welt quasi zerstört wird, dass er die komplette Power haben möchte, sagt Ada zu dem Helikopterflieger, dass er doch bitte den Kurs wechseln soll. Sie möchte also nicht zu Wesker fliegen. Das kann jetzt natürlich ein Cliffhanger sein und deswegen glaube ich auch, dass das nächste Remake das Resident Evil 5 Remake sein wird. Krauser erinnert mich total an Wesker übrigens in Resident Evil 5. Er hat ja schon die Blagas in sich und vielleicht war das so ein kleines Foreshadowing für Resident Evil 5 oder dass man sich erinnert, hey, Wesker war ja auch so. Auf jeden Fall zum Schluss, als dieser Kampf vorbei war und Krauser wieder irgendwie was Menschliches in sich trug. Denn es ging Krauser nur darum, Leon herauszufordern, um zu gucken, ob er ihn gut trainiert hat, ob er was gelernt hat aus seinem Training. Und nur einer sollte aus diesem Kampf heraus überleben. Leon hat natürlich überlebt, wie soll das auch anders sein. Und die letzten Worte von Krauser waren, ich habe dich gut trainiert. Und er gab Leon sein Messer und er solle ihn damit erstechen. Und das war für mich eine sehr emotionale Sache. Mir hat das so leid getan in dem Moment, wie er gesagt hat, ich habe dich gut trainiert. Und er war irgendwie stolz und ist mit diesem Stolz dann ja mit Ehre gegangen irgendwie. Ich kann das gar nicht erklären, aber es hat mich wirklich mitgenommen. Also kann ich definitiv sagen, dass in dem Remake auch deutlich mehr Emotionen fließen. Wir haben auch im Remake mehr über Lord Settler erfahren. Das heißt, Lord Settler hat ja nicht nur die Ashley Graham gewollt, sondern hat ja auch noch andere schon geopfert. Man erfährt so ein bisschen über die Kraft der Las Plagas, wo man immer wieder so Stimmen hört. Und die sich an den Kopf fassen, während man spielt. Und man so ein Gefühl davon bekommt, wie sich das anfühlen würde, wenn man doch infiziert wäre. Und das finde ich, haben sie richtig geil gemacht. Und es hat mich auch wahnsinnig an Resident Evil 7 erinnert, weil da ist es ja auch ähnlich. Da wird ja auch Mind Control gemacht durch die Pilzsporen. Das macht ja die Evelyn bei allen drumherum. Deswegen ist ja die Bakers-Familie auch so krank, krank, aggressiv geworden. Dass man das aber halt auch mal fühlen konnte. Wie fühlt sich eine Ashley mit diesem Parasit? Sie hat die Waffe in der Hand und richtet diese auf Leon, weil Lord Settler möchte, dass Leon aus dem Weg geräumt wird. Ganz klar, weil dann gehört Ashley Graham final ihm. Und niemand kann sich mehr dazwischenstellen. Und das ist der Grund, warum er das gemacht hat. Und der kleine Salazar ist eigentlich genauso Opfer geworden von Lord Settler. Er hat ihn halt einfach bestochen und hat gesagt, hey, wenn du die Las Plagas hast, dann bist du mächtiger als jeder andere. Und dann hat er sich halt drauf eingelassen. Er war natürlich mächtig, der kleine Zwerg. Aber gegen Leon konnte er natürlich nicht viel ausrichten, denn Leon ist halt einfach eine Maschine. Wenn wir gerade bei Salazar sind. Salazar, finde ich, sieht sehr, sehr viel älter aus als im Original. Im Original sollte er ja um die 20 rum sein. Das nimmt man ihm im Remake ganz sicherlich nicht mehr ab. Er sieht sehr, sehr viel gruseliger aus. Er war zwar noch nie sympathisch, aber immerhin ein bisschen witzig, wenn er so getobt hat wie ein kleiner Zwerg, wenn Leon ihm wieder eine reingewirkt hat. Ja, aber der Ton ist deutlich rougher und ernster. Ganz zum Schluss, wenn Leon mit letzter Kraft Ashley trägt und in diesen Raum bringen möchte, wo die Las Plagas dann zerstört werden im Körper, ist alles so dunkel und er taumelt so hin und her und gibt alles, dass er Ashley noch da reinkriegt. Diese Sequenz und auch diese Passage hat mich wahnsinnig an The Last of Us erinnert. Und zwar, als Joel Ellie aus dem Krankenhaus entführt, als er mitbekommen hat, dass sie dabei sterben würde, wenn sie das entnehmen würden, die Probe, und einen Impfstoff machen wollen, weil das ja im Gehirn war. Und ja, er rettet sie und läuft davon, komme was wolle. Und so kommt mir das auch vor. Leon würde sein letztes Hemd oder sein Leben geben, um Ashley zu retten. Und das fand ich eigentlich auch sehr emotional. Und man konnte halt einfach mal fühlen, wie sich Leon jetzt vielleicht fühlt. Er ist infiziert, er hat einen harten Tag hinter sich. Er muss noch die Ashley tragen, die ebenfalls infiziert ist und kurz davor ist, dass der Las Plagas die Rolle über sie übernimmt. Was ich hier auch noch sagen wollte, ist, dass es mit Ashley eine Passage gibt. Da kommen so Ritter, die man zum Anhalten bringt, wenn man Licht drauf macht, also blaues Licht. Das hat mich wahnsinnig an das Rose Steel Sea mit den Puppen erinnert. Das war ja auch so ähnlich und ja, das war auch ziemlich krass und spooky. Noch ein weiteres Easter Egg, der Hund. Am Anfang meint man zwar, der Hund sei tot, weil er einen toten Hund findet. Der Hund lebt Gott sei Dank und wird Leon helfen, wenn El Gigante kommt und stampft und tut, dass er Leon klein kriegt. Aber der Hund ist nicht nur kurz da, wie das im Original der Fall war, sondern die ganze Zeit und hilft wirklich aktiv mit, diesen Bossfight zu gewinnen. Im Vorhinein hieß es, dass Big Cheese, also der Bürgermeister der Stadt, so sein soll wie Mr. X. Ich habe ihn jetzt nicht wie Mr. X empfunden, außer dass sein Design so ein bisschen durch den Hut Ähnlichkeit hatte. Er hat eine Passage lang Leon so verfolgt, dass wenn er ihn hat, dass er Ashley nimmt und dann hast du verloren. Ich habe das jetzt nicht wie ein Mr. X empfunden, aber er war definitiv gruselig und sehr, sehr groß. Der Merchant hat diesmal auch ein bisschen mehr gesprochen wie What are you buying? What are you selling? Er hat einfach ein bisschen mehr geredet, auch ein bisschen was über die Waffen erzählt, immer mal einen lockeren Spruch hier und da. War eigentlich ganz cool. Auch der Hintergrund, die Musik fand ich ziemlich entspannt, wenn man da gerade so ein paar Sachen upgradet oder was kauft oder verkauft. Hat mich ziemlich entspannt und fand ich auch sehr, sehr schön. Leute, das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe jetzt alles durchgesprochen, was ich auf meinen Zettel geschrieben habe, was sich geändert hat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Änderungen fandet in Resident Evil 4 Remake. Fandet ihr sie gut, fandet ihr sie schlecht? Schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare und lasst uns wie immer heiß diskutieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Macht's gut and don't forget, be unique. Bis zum nächsten Mal.